Siemens Karlsruhe bedeutet für mich das Team, Freude an der Arbeit und auf jeden Fall auch eine super Kommunikation, die wir über alle Führungsebenen miteinander haben. Wir treffen Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Gelegenheiten. Jeder hier ist sehr freundlich und offen. Ich komme aus Elsass, Frankreich. Jeder hat seine Spezialität und jeder kann sie unterstützen. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Man kann den Standort wechseln, man kann ins Ausland gehen. Für mich persönlich ist es der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist egal, ob er eine Führungskraft ist oder ein Mitarbeiter, wir begegnen uns ja als Menschen. Der Standort macht für mich aus Kollegialität, Vertrauen und hohes Maß an Individualität. Das Spannende tatsächlich hier im Werk ist, dass man auf der einen Seite mit den Büroleuten zu tun hat, aber eben auch direkt vor Ort ist am Shopfloor. Also der Mix macht total aus. Es macht wirklich Spaß. Wir sind aufgrund unserer Kulturfabrik des Jahres geworden. Das ist ja auch das, was uns ausmacht, der Mensch im Mittelpunkt, sich hier weiter zu entfalten, zu entwickeln und die Produkte von morgen auch hierher zu stellen mit voller Begeisterung und Motivation. Es ist halt ein sehr, sehr zukunftsorientiertes Unternehmen und erst durch den Menschen wird unsere digitalisierte Fabrik eine intelligente. Deswegen ist es wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Technik und den Menschen und das leben wir hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.